Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von League of Legends. Ich spiele Kayle auf der Midlane, mit dabei sind The Masterfire mit Morgana als Support. Hallo! Startbegrüßung. Und Linarion LP mit Grace auf der Botlane. Das LP ist nicht wörtlich zu nehmen. Ja, trotzdem, das ist dein Name. Ja, ja, nur der alte Account hieß Nullinarion und dann hatte ich davon das Passwort vergessen und deswegen... Achso, okay, dann hast du einfach LP genannt. H, den mochte ich nicht. Okay, gut, mit dabei haben wir noch Dubstep Destroyer mit Yorick im Jungle und 05242MDPD mit Lee Sin auf der Toplane, ne? Ja, genau. Nebenbei Schnee Name Lee. Ja, ich fand das auch echt cool. Der hat einmal unter meinem Video so geschrieben, so, ja, lasst wir zusammen zocken, mein Name ist 05242MPD. Und ich dachte mir so, okay, gut. Also, ausgefallener Name auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann er gewinnen auf die Toplane, das dürfte jetzt feststehen, da er Timo als Gegner hat. Oder Gnar. Wer ist der Support? Oder Timo Support, ich denke eher Timo ist Support. Weißt du, wie nervig Timo Support ist, oder? Bitte, Timo, bitte sei top, bitte sei top. Ich, ich glaube eher, dass Gnar Toplane ist, das ist... Verstelle mir nicht meine Träume. Hm, naja, du kannst ja träumen darüber, aber es wird dann trotzdem wahrscheinlich so sein. Six Support, Gnar Mitte, fertig. Genau, klar. Na ja, wenn in der LCS schon der Six Top gespielt wird, in der Asche Jungle, weiß ich ja nicht. Ah ja, das... Trotzdem, ich meine, normale Picks sind das dann nicht. Und ich meine, die haben eigentlich schon ein relativ normales Team, außer halt Timo Support. Aber ansonsten, Gnar Toplane ist stark, Six Midlane ist stark, Malfoy Jungle ist in Ordnung, wird im Late Game richtig stark. Wayne, Adekeri, richtig stark. Aber auch mal Late. Wir müssen nicht im Early Game zerstören, weil Yorick ist ja auch erst so ein Early Game Champion. Aber Graves ist auch schon wieder so ein Late Game Champ. Die Sin sieht irgendwie aus wie Tarzan. Ja, ich's Tarzan. Es müsste mal so ein Tarzan Skin für Lee Sin rauskommen. Der würde eigentlich relativ gut zu dem passen, weil ich meine, der schwingt sich ja auch so mit seinen Kokosnüssen oder was auch immer, der da bei seinen Skins ja mal hat. Bei dem Poolparty Lee Sin Skin hat er eine Kokosnüsse. Ja, ja, eben. Da müsste beim Tarzan Skin aber so eine Liane geschmissen kommen. Genau, da kommt da so eine Liane. Da müsste man eher so andere Champions, die irgendwas werfen. Zum Beispiel Tarzan Amumu, weil Amumu hat ja diese Bandage, die Kuh. Und dann könnte man da so eine Liane nehmen. Sähe vielleicht ganz cool aus, aber ich weiß nicht, wie man das bei Amumu umsetzen könnte, müsste. Die Ulti wäre mit den ganz viele Blätter. Genau. Das würde aber nicht so zum Amumu-Charakter passen. Ja, das stimmt. So, ich kauf mich mal ganz defensiv. Weiß nicht, ob es das bringt, aber ich mach's einfach. Ich hab keine Ahnung, wie ich gegen SIX spielen soll. Bah, Aufnahme. Böse. Da ich die Festplatte gewechselt hab, muss ich immer am Anfang Z drücken. Das ist so heftig. Carry me. So, aber ich find den Skin cool, der ist echt. Ja, ja. So, was kill ich denn eh? Läuft bei mir gerade. Hm? Ich habe ein FPS. Oh. Ein FPS schon. Also, ich muss schon sagen, es läuft bei dir. Richtig. Und ich sehe gerade meinen Charakter nicht. Ich weiß, dass ich unten am Tower stehe. Irgendwo in der Nähe da. Äh, ja, du gammelst da so rum. So, jetzt sehe ich mich. Haha. Oh, wow. So. Hoffen, du hast nicht durchgehend einen FPS, weil das wäre ja nicht so. Jetzt wir Scana und ich Garen könnten wir wieder. Ja, Scana müsste ich ja wieder auf Hybrid spielen. Äh, soll ich die FPS mal locken? Ne, ich weiß es nicht. Lass die mal einspritzen. Lol, da war ein Gnar. Was macht Gnar da? Gnar. Gnar. Gnar, ah, die C. Guck, ich hab doch gesagt, Gnar ist Toplane. Ich mag mein... Böse. Ja, richtig böse. Und Timo dann sofort. Also, viel Spaß. Oh je. Ich sehe es schon, komm, Wayne wird farmen und Timo wird irgendwo in den Gebüschen rumgammeln und euch dann mit irgendwelchen Blendpfeilen abwerfen. Oh je. Viel Spaß. Wenn wir haben. Ja, bis jetzt alles auf der Box, den es ja gibt, außer Blitzquank. Okay. Ja, das Game war nicht ganz so. Es gibt aber manche Games, da bin ich immer froh, wenn mich Blitzcrank grabbt. Da muss ich nicht immer zu ihm ranlaufen. Okay. Ach, der ist schon da. Scheiße. Wow, habt ihr es auch schon gemerkt? Ne, ich hab grad noch was getrunken. Ach so, okay. Naja, ich mein, gönn dir das. Alles für... Ah, Mann, scheiße. Ich hab ein Minion verpasst. Surrender. Du willst nicht wissen, wie ich last hätte. Ich hab höchstens am Ende des Games 50 fahren. Okay. Ich nenne es kaum, dass Timo hier irgendwo drin steht. Alter. Alter, warum hab ich gerade so scheißkleine Legs, Mann? Pass auf, du stirbst! Nice. Nein, nein, nein. Ey, diese scheißkleinen Legs, die bringen mich noch um. Töte ihn! Töte ihn! Yeah. Na, scheiße. Na, der spielt aber wohl auch nicht so. Sorry, aber... Hast du Heel benutzt? Ach, Mann, ich kann nicht mehr lasteten. Du weißt, wie ich, wenn's irgendwie aufregend wird, den... Hm. Vor allem ich jetzt eben. Ah, ja, ach, Mann, scheiße. Aber wir haben beide getötet. So schnell hatte ich noch nie ein 1-1-1. Jetzt hab ich auch mal ein Black Shield. Ich dachte, wieder ein Black Screen. Nee, Black Shield. Oh, ich mach ihm Damage. Ich mach ihm kann Damage mehr. Aber ich hab ihn schön gut Damage gemacht. Das war knapp. Dann muss... Ach, Mann, diese... Diese scheiß kleinen Legs, ich versteh nicht, warum die kommen. Ich hatte aber auch grad ganz kurz welche. Ja, nur ich versteh halt nicht warum, weil in den letzten Games, ich hatte immer so 60 FPS, so um den Dreh da rum. Und jetzt auf einmal, sind da so mega kleine Legs. So, 6, ich töte dich. Doch nicht, scheiße. Nein, Mann, ich bin grad so schlecht im Lastenden, ey, das geht einfach gar nicht mehr zu toppen. Wir haben die im Jungle. So, ich weiß, der Timo steht hier in diesem Busch. Wird Timo in die Türkei aufgedeckt? Durch was? Durch... Ja, wird das. Ja, aber du kannst dir kein Orakel kaufen. Ja, aber das rote Trinket, das funktioniert ja auch wie ein Orakel. Echt? Ich, also, ich glaube, es funktioniert damit. Ich könnte mir aber einfach ein Pinkboard kaufen und dir den irgendwo auf die Leiden hinstellen, aber das wäre ein bisschen Geld für Spendung. Oh, nee, jetzt leftet der nicht wirklich, oder? Ahhhh. Mach's bitte nicht so wie du. Ich weiß, der Timo steht hier irgendwo. Ja, hier ist irgendwo. Ey, ich glaube, mein League of Legends hat grad irgendwelche Probleme oder so. Eben gerade war der Sound auf einmal ganz kurz weg. Einfach so. Ich hab Timo getroffen. Meinst du Timo? Jo, schade. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Man, ich hab der Mana mehr. Hey, es kommt mir Schaden. Die Wayne hat fast Timo getötet. Die Wayne? Ja, ich wollte der Wayne mit der Q treffen, aber dann hab ich Timo unsichtbar getroffen. Okay. Oh, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht, neun. So. Jetzt hab ich richtig viele Lastsits verpasst, dafür gezählt. Ja, man, ich muss auffassen. Nicht, dass jetzt irgendwie Malfight kommt. War Malfight schon irgendwie, ja, er war irgendwo gank, wo, wo hat er denn einen Kill gemacht? Botland? Ne, Bot war ja nicht top. Ne, top, okay. Ich glaub, das ist doch so eine Mana, Hure. Boah. Ja, ist ja so. Guck, guck mal Mana jetzt mal an. Guck dir mein Mana, das ist genauso viel. Der stirbt. Der stirbt nicht. Der stirbt. Ich meine, wie viel ich gerade momentan übrig hab. Achso. Aha, ich hab einen Kill gemacht. Wie sind denn die ganze in die Runde Feinste Team ausgegangen? Hallo, Leute, ich hab einen Kill gemacht, könnt ihr mich jetzt bitte feiern? Gejab. Kale. Mild. Richtig, geil, ja, komm hier. So gut war wie du. Dankeschön, dankeschön, wär aber nicht nötig gewesen. Wär doch nicht nötig gewesen, ich weiß, ich bin einfach nur ein Pro-Player, aber, ja. Du hast gesagt, wir müssen carryern, du feedest dich doch gerade selbst so. Ja, genau. Ich bin richtig böser Bub. Ich hatte gerade so einen kleinen Mini-Lag, oder? Ich hab den Mini nicht wirklich getroffen. Ja, den krieg ich jetzt auch noch. Da Timo, Alter. Ich könnte roam gehen, weil ich dominiere. Ich dominiere hart. Nein. Danke. Ach man, warum geht denn das dann zu Ende? Danke. Bitte. Ich habe... Ups, ich hab auch noch witzig. Das war Fail. Ach man, ich kann gerade echt nicht last hitten. Das ist schlimm. Da ist der liebe Bub. Warum haben eigentlich momentan alle Disconnects? Du stehst nicht. Dieser Timo. Der lässt sich von allen treffen. So, den kriege ich aber, den kriege ich, ja. Nein, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich, nein, scheiße, kriege ich nicht, scheiße. Oh, das war jetzt wohl böse. Ich hab immer so viel Angst vor mir, weil ich hier einfach mit den Outletechs schon so viel Schaden mache. Nein, du kriegst mich nicht. Aber ich bin ja noch kurz weg. Und mir... BF. Ja. Scheiße, hier ist ja ein Genaar. Neues SS-Top. Ja, ja. Auf jeden Fall. Sonst fehlt der Timo, aber gut. Wenn wir den Timo nicht pingen würden. Scheiße, Mann, was ist denn hier los? Hilfe. Timo's weg. Ist... Er ist wieder da. Ne, ich hab keine Ahnung. Okay. So, äh, ich hab ziemlich viel Stuff und ich... Oh ja, nice. Gleich 40% Attack Speed. Das wird jetzt laufen. Ich geh Kale überhaupt nicht spielen. Ich weiß auch nicht, was ich auf der kaufen sollte. Ja. So, ich muss auf die Midlane, damit ich ihn töten kann. Mit ihrer Flügel. Cool. Ja. Was ist denn der Propeller? Ja, der Skin ist auch richtig cool. Ey, der hat mir jetzt keinen Blubuff gegeben. Dieser... Nein, Spaß. Ich brauch keinen Blubuff. Ich bin ja Kale. Komm, geh weg. Nein. Ist doch meiner. Oh, Mann. Uzi? Oh. Diese Legs. Das sind doch irgendwelche LOL-Schlags. Das kann nicht von meinem PC kommen. Nee. Good Job. Hallo, ihr habt eine Doppeltötung bekommen. Ja, aber du bist supporter. Ja, und? Das kann ich... Das kann ich überhaupt nicht leisten als Main Support. Du bist supporter 3.0. GG. Nice. Geht doch. Oh, nice. Topland dominiert auch, teilweise. Obwohl er einen Disconnect hatte. Ja, aber ich meine, wenn genau wahrscheinlich Tower Diven gegangen war oder so, dann... Okay. Ich geh mal einkaufen, ne? Wie viel hast du? 2000. Das ist nur so wenig. Mit einem 3.0. Ja. Ach, Mann. Flächenschaden. Ich will Sonja's. Und ich will es von nicht Instant kaufen, leider, aber... Nein. Ja. Ja. Ah, scheiße, ey. Ich lastete so kacke. Du machst doch aber Schaden. Ja, aber ich lastete trotzdem so kacke. Das ist einfach nur behindert. Das ist nicht mehr normal. Oh, scheiße. Du hast mehr Farben, als ich in dieser Minute hätte. Was? Ja, trotzdem, du, 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 Support. Nein, ich meine, auch wenn ich Mitte spiele. Achso. Farbe ist meine einzig, die Schwäche. Okay. Das heißt, eigentlich bist du so der oberkrasse Typ und so, du tötest die ganze Zeit, aber Farben kannst du nicht. Richtig. Ah, ja, okay. Deswegen spiele ich auch nur Support, muss nicht Farben. Achso, okay. Na, das ist logisch. Das ist logisch. Farben und Schokolade, das sind seine beiden Schwächen. Wie so Schokoladen. Na, Timo, du willst doch von meiner Q getroffen werden. Es ist ein Mädchen-Klischee. Hui. Oh, ich habe drei Minutes bekommen von C. Ich kann einfach nie lasteten. Das ist einfach nur schlimm. So, Timo. So, den kriege ich auch nicht. Da ist er nicht drinnen. Den kriege ich auch nicht. So, den kriege ich. Und den. Scheiße, jetzt kriege ich. Oh, gut, das schläft und los. Ach, meine Aufnahme leckt nicht. Was ist denn da los? Wie, Aufnahme leckt oder leckt nicht? Leckt nichts. Weil jeder Vorzug aus Gelekt hat. Malphite kommt, Botlane. Okay. Nein, äh, kommt doch nochmal mit. Ach, Malphite, ich sehe dich doch. So, jetzt könnte er aber Botlane kommen. Na, jetzt hat er, glaube ich, aber... Nein, er hält mit Line, okay. Na ja, du bist der gefeatletste von uns beiden. Six is back. Warum fokussend den Supporter? Weil du gefeatlet bist. 3-1 ist nicht gefeatlet. Na, ist wirklich nicht gefeatlet, aber ist gut. Auf jeden Fall. Obwohl ich kein Pro-Player bin, dominiere ich einigermaßen. Das finde ich toll. Die wollten ja den Shutdown. Und halt extra Goldner. So, Minions, du stirbst. Minions, du stirbst, dieses Deutsch, ey. Ich kenne doch heute dieser Spektel. Deutsch. Das ist jetzt ein Bates, nein. Glaube ich mal. Ah, Bates, war ja die ganze Ende. Black, green, black, bin ich liebe dich. Ey, du hast nicht... Was ist los mit dir? Mit mir? Ja, mit dir. Verdammt! Was hast du gemacht, dass dein PC dich so sehr hasst, dass er immer Black Screens hat? Da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Das komische ist, das ist nur bei LOL. Ja eben, deswegen. Ich glaube, der mag das Spiel irgendwie nicht so. Was hast du mit ihm angestellt? Ich denke, du hast ihn zu hart ran genommen. Sollst mal eher eine Pause machen, sonst... Sonst streikt dein PC irgendwann. So, SS. Oh, scheiße, Jorik, renn. Ah, Jorik ist tot. Außer, die sind hilft. Hilft er? Sieht irgendwie nicht da noch aus. Aber, er überlebt es trotzdem nice. Richtig nice. Good job. Boah, scheiße. Boom, scheiße. Nicht willkommen. Willkommen. Ach, Mist, ich dachte, der Minion steht nur eine Füße. Ah, Mist, okay, gut. Jetzt muss ich erstmal Warden gehen, das ist wichtig. Ja gut, wieso ping ich für einen verschwundenen Timo? Ja, keine Ahnung, vielleicht weil er irgendwo anders auf einer Lane ist? Ja, schätze ich nicht. Ja, ihr wisst es aber nicht. Lieber mal SS gesagt, als dann später gesehen, dass Timo irgendwo anders auf einer Lane ist und sich gerade einen Kill abgammelt oder so. Eine Kill zieht in Half-Life. Jetzt macht er schon ziemlich viel Damage der Six. Willst du aufpassen? Gut, ich bräuchte eigentlich Blubuff, aber der hat ihn sich schon wieder genommen. Ach man, Leute, ich brauche einen Blubuff. Ich müsste eigentlich Sixkillen, ich glaube, der hat einen. Oh, der hatte einen. So, auch wenn ich alleine bin, töte ich euch. Der Turret-Toplane wurde zerstört, das ist nice. Und ich gucke mal kurz an meinem PC. Oh, scheiße, der ist heiß. Der ist richtig heiß, kacke. Na, was mache ich jetzt? Aber ich glaube nicht, dass es von meinem PC kommt, diese Lags, weil irgendwie in anderen Spielen habe ich das auch nicht. So, er hat jetzt Blubuff. Der hat Sixkillen. Ja, das wird richtig nervig. So, und der pusht auch nicht, das ist mein Problem. Er pusht nicht mehr, der steht jetzt nur noch safe hinter seinem ... Dann halte ich das drüchten nicht durch. Ich werde mich noch rächen. Bitte reconnecte schnell. hh hallo klox klox da sind die server bestimmt teuer äh nein ich glaube sogar billiger ist halt nicht nur nicht so bekannt deswegen ja ich tötete ich ich ziehe euch zu zweit ab als supporter leute hat noch geflasht was sind das und 6 btf ich bin zwar gerade gestorben alter dieser 6 ist ja echt richtig komisch das einfach so sinnlos geflasht wahrscheinlich dachte ich gehe noch weiter drauf sicher mein gott aber du hast blue jetzt hast du ja ja ich hab blue und red oh scheiße und das genau ich bin am arsch flash ich nicht aber ich töte noch ja ich habe noch einen bekommen oh mein gott und er hat jetzt auch noch shutdown gold bekommen naja ok da hast du ein new place spiel ja momentan nicht weiß ich nicht kannst du das mal wieder gucken vielleicht nachher vielleicht ja wieso weil ich versucht habe an uns installieren und wenn er sich versucht bei jupen zu loggen dann doch wenn du ich will nicht das wird mir zu viel das mag ich nicht gibt's nicht ich habe ich den beiden macht so lache scheiße kommt fokus doch nah leute aber das Programm schließt sich dann noch er bleibt ein bisschen hinterm Torheit wird die mussten nach großen auch mann daran kann das war nicht gut leute ich muss hier irgendwo Timo beschieße ich die ganze zeit das schmiede Half-Life trotzdem ich bin für den wahrscheinlich ein kleines Appetithäppchen ich habe noch Exhaust und Ulti ähm du hast dir den Turm noch gar nicht kaputt gemacht schlecht das habe ich zwei von den getötet schlägt uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns mal lieber so ich wurde mal das war schlecht diese 6 ist einfach nur so defensiv da stirb verdammt ich wundere mich dass keiner im Busch war also genau kommt wahrscheinlich nähe kommt er nicht ich wollte ihn eigentlich da da aber dann doch nicht gemacht kann ich bitte lasse ich mir bin ich dann noch gestorben ja diese ulti was sind das immer für ultis und wem von 6 ja man ist richtig strange also irgendwie der blue ist schon gemacht und dann ich gehe gerade sozusagen auf die mit lane plötzlich kommt die ulti geflogen oder war die an euch unten gerichtet nein ich war tot in dem moment zumindest so wenn wir jetzt noch mal ein Päckchen kommt dann schrei ich aber bitte mir nicht ins Ohr ne ne das ne ne ich hab ein Kissen griffbereit nicht wirklich aber die Vorstellung ist schön so wo sind die beiden so geht doch der erste Stone ach so komm ich da schön was willst du weg na was soll dieser Malfoyd wie viel hält er denn aus richtig strange geht doch vielleicht auch full tank Malfoyd kann sein ja wahrscheinlich ich werde mich noch rechen so ich gehe mal warden so komm nice endlich ich hab's geschafft ich hab ein achievement so oh scheiße morgärna du bist tot Leute das ulti ich komm bot lane ich komm bot lane komm hier entlang ich konnte mein sohn ja es nicht aktivieren verdammt oh scheiße ich bin am Arsch der Welt Leute lol ich krieg die ich krieg die einfach heißt das wo kommt der denn jetzt her nein das 6 auch mann da waren viel zu viele Enemies sie war auch unten da waren wir nicht 4 oder wo war Gnade war in der Mitte ok da waren vier Leute Malfoyd hat einfach überlebt oh mein Gott Michael wird immer das warum war Gnade immer das Icon aber noch zu mega Gnade wechselt das verwirrt mich mann ich war richtig ja bitte def meinen Tower die Sinn bitte stirb jetzt nicht lol er sieht aber so aus das Gnade das hat ey komm Ben bitte ey man jetzt gibt doch mein ich hasse es mein 6 wird immer gefiedelt und dann noch nicht mal von mir ich finde eigentlich richtig einfach so gegen ihn zu kämpfen ja keine Ahnung der Grundsatz aber nur mit dem Tank gegen ihn gekämpft okay ach man ähm lasten da vielleicht ja geht doch aber ich komme wir holen uns jetzt nach wir holen uns jetzt nach äh pass auch mal gerne du bist am Arsch seh ich nicht so nice wir holen uns die ich dachte wir holen uns die zusammen sieht aber nicht danach aus ja das dachte ich eigentlich auch ja ich wusste ja nicht dass du hier bist ich wusste nicht dass ich da lang gehe hä 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 komm was ist ich wusste nicht wo ich lang gehe doch mal fight ist ja irgendwo müssen aufpassen so da war natürlich ein shroom deswegen bin ich da nicht durchgegangen und da ist Six ich bin gerade irgendwie ganz schön schlecht ach wenn der support der 7 5 hat komm jetzt tötet Wayne der tötet Wayne nice oh scheiße ich bin am Arsch ey das gibts nicht dieser mal fight der ist einfach nur op solange man noch weiß dass man schlecht ist dann ist alles gut ey komm jetzt ne oder ich hab verfehlt fuck jetzt ist er ist tot ich glaub den ja er ist tot so und jetzt bist du auch noch tot ja du bist tot ach man was ist denn los wahrscheinlich wollen sie jetzt noch mich haben ja wahrscheinlich ne die wollen boi äh mitte tower wichtiger herr ich hab grad drei gut nichts ach man ich will schnell dahin gehen mein tower mein armer tower ja ok so viel leben hat er noch nicht verloren aber dieser gnade ist echt richtig tanky eigentlich ach man hört ach man hört das können wir aber gewinnen das ist jetzt natürlich das spiel davor auf jeden fall können wir das gewinnen wir müssen jetzt nur als team spielen zum beispiel jetzt team holen aber nicht auf dem weg ja ja ich bin auch ich bin auch auf dem weg ich will bloß nicht den kill haben warum ich bin support ach so oh ja stimmt so ich bin auf dem weg ach scheiße er hat mich schon gesehen er hat mich schon gesehen lol ey komm nice kannst du es dann schade schade ich kriegen wir nicht kriegen wir nicht kriegen wir nicht oder kriegen wir ich weiß es nicht der baitet wahrscheinlich ich komm nicht ran ich auch nicht aber mein ignite macht das was ich hab kein schild ich wollte sagen da kommt noch ein gegner meiner bitte meiner ja ja ich geh schon weg Hilfe hier ist ein ey ganz ehrlich Malfight ist doch einfach nur OP ich hab den noch nie gespielt wie ich es jetzt weiß ja Malfight ist einfach nur so tanky ich verstehe halt nicht warum aber so viele krasse items hat er jetzt auch nicht muss man sagen das war meiner das war meiner so ich komme ich komme ich komme hö 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 die tower ist weg oder go doch go go nice so und du musst jetzt aufpassen oh ich bin schon weg hoffe ich jetzt kommt genau das hoffe ich auch schau auch schau 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 wagen und timo oh scheiße schießwütig ist genau so ich komme top lane ich komme top lane ich habe dabei war an zu versuchen in zu stunden scheiße ich komme vorsicht oh scheiße dieser marsch ich hasse es nicht zu langsam bin ich habe das auch wenn ich auch so langsam bin oh mein gott ja jetzt sind noch mal schnelle nein wir dürfen den nicht schätzen die machen wahrscheinlich treppen die treppen ja kommt schon mal ich gehe noch mal weg man sagt man wie komisch was es gibt es nicht es gibt es einfach nicht mein gott ich bin nicht schlecht man ich habe keinen von den beiden bekommen warum wo scheiße ist timo ich bin am arsch hilfe ich bin auf dem weg aber ich glaube nicht dass ich bin ich komme doch ich bin schnell genug da ist noch eine wayne mit aktiver ulti ich muss back verdammt oder vorsicht kannst du auf sie gehen okay nein wir sollten ich habe überhaupt keine weg die weg scheiße ich bin am arsch ich bin tot ich bin tot ja timo verdammt sich doch nicht immer dieser timo der gibt immer nur last hits da welche sollte ich nicht so greedy reingegangen sein würden tun keine ahnung wie man das nennt da hätte ich nicht so reingehen dürfen so jetzt def da bitte den tower getroffen ich weiß also diese wayne mann ich mache ja schon richtig schaden aber das problem ist halt die kann mich immer weg snacken also weg stompen und dann krieg ich keine von beiden und das habe ich gerade keine von beiden bekommen so passt aber auf ihr schafft das nicht deck nach so gefeatet er hätte ich ihn getroffen mit einer q sehr guter daumen gewesen aber das problem ist ja schon relativ tanky der hat aber noch nicht so viel magieres deswegen passt auf nicht reingehen ich stehe wartet auf mich wait me so und ihr müsst tower dürfen auf jeden fall tower dürfen doch ich bin ich bin da doch ich bin da und schon haben sie angst doch weg 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 die so scheiße ich konnte keine heute geben und was geht ihr alle rein ähnlich reingehen du willst nicht nicht sagte doch nicht scheiße man verdammt ja ich habe aber eigentlich gesagt nicht reingehen ich habe da aber alle nicht gehört alles nix hörer ich bin nur eingegangen weil die weil reingegangen ist auch ausrede jetzt hat mich echt beides getroffen nice lol hat start old kombo ganna lauf und nice alter wie die gehälte süß ich dominiere eigentlich hier jeden nur ich habe dann halt keine chance gegen wend oder so wenn die mich dann weg stompen es gab es auch mal ein team ich hasse sie erhält wenn man laut und sie musste da meint ihr bluboff ist natürlich nicht da schade was man zu erwarten oder steam und das tun ich komme ich komme und da das gibt es nicht jedoch kerry kale du sagst du kerry ist nicht also ich kerry auch nicht hallo 11 4 ja aber scheiße man ich muss weg gehen ich habe keine ahnung mehr er passt auf der hat krasse items muss man schon sagen also liege nochmal weg meine güte komm mit ich gehe erstmal botlane ein bisschen fahren und ihr müsst da aufpassen die sind ja das stimmt ließen sollte auf jeden fall weg können mitglied ansonsten ist er ganz schnell tot und das wollen wir nicht bitte dein lieben gehst jetzt weg ich wollte sogar für dich dass da nichts ist und du gehst jetzt da weg so ich mach mal ein bisschen druck auf der bot lane auch leute die weg komm ran die komm her was ist denn los mit euch warum stimmt ich habe ja gar nichts gesagt so jetzt sind alle weg jetzt gehe ich ja auch weg wenn ich sterben so jetzt weg die mitte genaust top lane wir müssen genau auf jeden fall aufhalten sonst putschte uns wieder die top lane durch das team pass auf den kriegst du nicht was ist also genau hat wahrscheinlich zu und ad anstatt dass ich ihn töten kann aber ich habe ich doch noch nicht so selbst vertrauen ich kann auch nicht hoch kommen so meld weit kommt wahrscheinlich top lane ja ich muss ja aufpassen grace passt auf du darfst jetzt da nicht reingehen ist irgendwo noch ein meld weit irgendwo hier lauert er noch rum oh hier ist timo hatte wie schnell mit schild einfach weg war ja das ist irgendwie timo macht hier so einen krassen der mitsch schaden na jetzt müssen wir aufpassen da ist nämlich meld weit wenn meld weit jetzt eine gute ulti macht dann bin ich am arsch exakt wenn er generell die auf mich macht dann bin ich am arsch so grafst du bist auch da sehr schön wir könnten jetzt vielleicht mal was reißen die müssten plus los fokussend richtig nicht mehr weit ja er war der erste nicht gesehen habe und ich habe noch mal eine für alle hat trotzdem dem fokus auf jeden fall wayne nein jetzt jetzt genau nach nach so dass das versuchte toll passt auch nicht nicht reingehen nicht erst recht nicht der ad carry lol diese ulti auf auf wayne lol ich kann wenn ich töten kann wayne morgana pass auf ich habe meine q nicht groß bekommen ja scheiße krieg ich nein scheiße naja es war ein bisschen blöd wir konnten nicht so gut fokussen ja mist okos wayne warte wir müssen wir dann noch fokussend na ja es war jetzt ein bisschen kacke wir haben alle scheiße gespielt und mit tower fällt ja aber klar wenn ich sogar noch mehr nein mehr schaffen die nicht fünf sekunden dann ist grafsther wieder da und dann jörg auch wieder so viel schaden ja das ist knall halt ich verstehe hatte ich warum spielt denn jetzt auf einmal wieder jemand jeder weil in meinen letzten games war die ganze zeit knader dabei aber davor irgendwie auch nicht naja genau ist jetzt free to play erst mal das wochen ja ja und da würde neun champion ausprobieren naja die meisten haben ihn schon ausprobiert und finden ihn schon op und haben ihn sich wahrscheinlich schon gekauft deswegen naja ok aber ich jetzt trotzdem ist mal top lane ihr dürfte auf jeden fall nicht ohne mich halten roll der 6 ist der hat echt so aufgeholt das ist so krass das ist auf level 17 wahrscheinlich hat er besser gefahren als ich das kann ich gleich sagen 6 hat anfangen von 177 ja ich habe 229 und trotzdem level 18 so ich komme bitte werde wahrscheinlich dann vorher noch von tausenden timo schrooms aufgehalten er kommt ihr auch mit ihr seid mit ok wir müssen worteln aufpassen drauf drauf nee oder verdammt den kommt jetzt nicht ich hasse es warum doch nein da gehe ich nicht denken wir müssen worteln ich gebe worteln und wir pushen oder wie oder wen haben wir denn da graves ja gerade am sporn rum ja ich sehe es ich muss bot lander nicht ich gehe schnell hierhin jetzt vorsicht nicht sterben so so in welchen weg bekommen und scheiße mein gott irgendwie mit kaila sitten ist eine schwäche bei mir es gibt nur einen einzigen stelle die ich lassen kann und das ist war es echt war es ist cool ich habe auch ich habe durch zufall jeden war wussten es gibt ich habe angefangen wo ist nur den kristall wagen und diesen engel wagen gab habe mir den kristall wagen gekauft da kann man wie der winter war wusste raus den ich unbedingt haben wollte schnee schlag war ja dann hatte ich den und dann habe ich durch einen mysteriösen skin vom kumpel noch den letzten war wusste kommen warum macht ich mache dem kein damage mehr hilfe ich bin am arsch ich bin tot lol dieser damage weiß was ist jetzt denn los warum habt ihr euch da ketschen lassen oh verdammt soll dies sind bitte kommt da noch weg bitte glaube ich nicht ich auch nicht die stirbt nicht ich kann die nicht fokussend ja kacke richtig scheiße ich mache auch noch fehler über fehler warum ich bin fast voll bilden und es bringt mir gar nichts wir brauchen auf jeden fall mehr map vision mehr beworben ist wir brauchen mehr vision irgendwie mache ich dem team jetzt überhaupt kein schaden mehr warum ich habe jetzt noch mal drei worts gekauft oh scheiße okay ja komm komm dann ihn gut job er hat also noch guardians angel dieser genau so gefiel wie nichts 12 5 dort mitte oh scheiße am arsch und darf also irgendwie am anfang konnte ich noch karen aber jetzt irgendwie nein nicht mehr ja klar macht vielleicht noch mehr damit auch man ja ich muss weggehen das ist einfach nur ich bekomme so viel damage momentan ja ich kann das macht ihnen da ich weiß es nicht springt einfach rein aber die botlin die hat jetzt gut gepusht aber es bringt uns nicht sei jetzt mitte der inhibitor wahrscheinlich fällt so ich komme ich komme ich habe mir die gegeben ich weiß nicht bin ich fokussend soll bringt wohl irgendwie nichts ja scheiße nach ja die haben irgendwie besseres endgame wohl mit wayne und ja und ab und sich ist jetzt auch mail fight er hat geben mir du warst ab und zu weg ne auch nö 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 goke bokeiert es ist ich meine so jetzt oh scheiße ja die sens tot ich habs geschafft ja so bringt килвойlei dauern nichts Monik mein gott warum verliere ich momentan jedes game was da los bei uns ist es immer so Document komplett krass gegen die most grandes richtig krass das ist seine regel so graves pass auf du bist uns tot du bist tot nein bin ich nicht nein 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 ganz knapp da kommt der krib beim letzten schuss nicht noch zehn sekunden aber es bringt halt leider auch nichts focus wenn schon dann wane bitte nicht klar nein die rechnung nicht den nächsten an gut jetzt gehen sie alle back und dann raschen sie später durch wahrscheinlich noch mal barren oder haben sie den schon ich weiß es nicht haben so ich komme dann holen sie sich jetzt röst du nein wir sind einfach viel zu viele rooms und wenn ihr da jetzt rein gehalten ist das wieder nicht nein hey was war das denn jetzt oh mein gott ach so ich habe die ulti davon abbekommen ach ja das muss man mir doch sagen oder früher geben ich hatte die so spät naja ok diese ulti ist immer von dem melfer die sind irgendwie scheiße aber trotzdem das tanki wie nix und der carried mit wo sind diese mushrooms die ganze ihr müsst weg gesetzt uns tot ihr seid tot ja ich lebe was das gott gleich ja ich meine mal so er hat sich wieder hochgefiedert ich meine ich habe im anfang besiegt aber er hat sich dann doch wieder hochgefiedert steht jetzt ja ich guck dir das an zehn drei spielen sie öfter stadt in mir bladimir nahe in der alles war schon go johi lachwitz incoming hahaha so jetzt das war ein mann von beck und gehen ja klar und da jetzt gewinnen wir das auch hallo so bleibt es hier mein lieber so ist da hat sich hier ein paar drücken ihr müsst helfen und oh scheiße ich muss botlen ihr müsst ihr und ich die split pushen ok ansonsten weil wenn irgendjemand durch kommt nur so hat die versuchen die paul so lange auf einem bleiben bis die einfach zusammenbricht ok naja ihr müsst auf jeden fall deffen weil oh guck das meine ich oh mein gott ich komme ich komme begründet wurde sie mit dem spruch ich mach mal kurz den hippie draw wir töten den jetzt ok seid ihr bei mir jetzt guck drauf nice oh scheiße ich kann dem mongo nicht scheiße ich muss mir ulti geben so strong sind seine pilze what the fuck ey what the fuck ja ja dann ist es nämlich ja habe ich doch gesagt dass der schaden macht und wir müssen alle drauf so ich habe 3000 gold ich weiß gerade gar nicht warum ich mir die empfohlenen gegenstände für craves kaufe obwohl ich mein eigenes bild habe ich glaube ich kaufe mir jetzt auch mal guardians bringt mir vielleicht was ein bisschen rüstung und ja jetzt habe ich eigentlich krass viel rüstung aber das leben ist halt nicht so ein schönes bärsack das wenn auch mal vielleicht ganz gut was wir haben keine schuhe er jetzt ist das dein ernst der hat einfach keine schuhe übersehen alle laufen hier mit home guard rum so ich habe schuhe doch jetzt müsst ihr die anderen fokussend ich bin grad ein wenig getroffen aber nun wie ich mache kurz sohn jetzt an dann hiel ich mich und dann gehe ich auf die way nice so nice ey das gewinnen wir verdammt los lieb so verdammt oh scheiße ok nein das schaffen wir nicht aber guck mal hier wir können das noch gewinnen wir dominieren gerade die throne das gerade aber trotzdem ich glaube wir müssen uns beeilen auf top kommt gleich eine minion wave an ja die die musst du treffen ich kann die nicht treffen ich muss erst mal zurück und dann ich würde sogar sagen ich gehe auf die botlane ne ich töte erstmal den timo zumindest probiere ich das auf top weil es am einfachsten top hat bitte leaschen äh timo kommt zu mir ne hier ja na lol wieviel Timo ist da sind denn hier ja jetzt war da unten gut diese pilze machen wir immer so viel boah der fuckt so ab ey okay ich muss botlane an jetzt passt bitte auf nicht dass irgendwie rain oder so backdoor geht oh mist fair backdoor so popschutz wieder richtig machen so 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 ich push jetzt erstmal ein bisschen die botlane die die machen wahrscheinlich gerade das team das team pass auf der töte dich er hat es nicht mal versucht lol ja der versucht zu baiten dich irgendwo in den bush oder so wo 5000 pilze drin sind ähm da war einer also könnt ihr mal versuchen ein bisschen druck auf der midlane zu machen gegen na und den anderen na scheiße die kommen wahrscheinlich gerade schon das versuchen den ganzen tag nice bitte nicht sterben nicht sterben versucht zu deffen bin dabei ich konnte sonja's nicht aktivieren jetzt bitte alle weg alle weg dieser inhibitor wird leben befehl ups da wenn ich richtig ich bin tot scheiße nein 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 bitte nein die liebste mach hier bitte naja es bringt nichts ich bin nicht so schnell ich will leben bitte gibt's nicht alter das war's oder ja schade 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 komm schon den bekomme ich noch nein ich bin damit egal ein nettes game ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten let's play und tschüss wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.